Wo soll ich hin, hier? Was soll ich wirklich da rüberspringen? Das schaffe ich doch nie im Leben. Wohlt? Na, Katz! Das war zwei Jahre später. Gut, hoch komme ich wieder nicht. Außer vielleicht hier. Auf hier könnte ich da rüberspringen wieder. Na gut, den Ziegelstein, Ziegelstein, den Siegel, Siegelstein habe ich, ja. Au, das war knapp. Muss nur noch den Weg zurückfinden. Da ist noch so ein Punkt da hinten, wo man hingehen kann. Hier. Da gehe ich auch nochmal durch. Ach, da kann man nicht. Okay, dann durch. Da drüge ich lieber diesen Knopf. Uah, dieses Geräusch wieder. Schon übel. Ja, wenn ihr Angst haben wollt, müsst ihr nur dieses Spiel spielen. Ach, da oben. Da oben war's. Naja, vielleicht ist er durch den Fehler von, äh, durch diesen Fehler von, wer ist denn das eigentlich? Nexus Mods Manager. Vielleicht ist der jetzt kaputt gegangen. Und jetzt läuft Skyrim besser. Kann ja auch sein. Wenn ich Glück habe. Also wie ich mich kenne, habe ich Pech. Ähm. Was für ein Fehler. Ich kann ja grob mal sagen, es gab, glaube ich, ein Update oder so. Und dann habe ich irgendwas weggeklickt. Und nun kann ich den Mods nicht mehr deaktivieren. Das heißt, ich muss hier in den installieren. Was schlecht ist. Weil ich höchstwahrscheinlich mit dieser Konstellation ganz gerne das neue Spiel starten dann. So, wo soll ich denn jetzt eigentlich hin? Wie, ich muss wieder zurück? Wollt ihr mich verarschen? Ich habe doch den Siegelstein. Ich habe das Ding doch, oder nicht? Da, ich habe den Siegelstein doch. Du bist nicht sehr beruhig, oder? Wollt ihr mich verarschen? Oder soll ich das hier wieder unten irgendwie, auch nicht schon wieder so ein Ultra-Rätsel, was super schwer ist? Da habe ich ja Bock drauf, ne? Ich will mal was ausprobieren. Komme ich am effektivsten da hoch. Hier? Hier vielleicht. Mist. Ja, du musst schon springen glauben. Nein, er rutscht ab. Nein, er rutscht ab. Oh, verdammt. Der ist runter gefallen. So. Ich muss mir mal kurz den Siegelstein fallen lassen. Toll. Danke, Penne. So, bitte. Und, ist das in Ordnung? Ne. Gut, dann nehme ich wieder an mich. Pack ihn in die Truhe. Jetzt in Ordnung. Ach, du bist ein Penner. Nehme ich das Ding wieder mit. Und gehe wieder die Hölle durch. Ach, das ist doch kacke. Also. Irgendwas, was offensichtlich sein soll. Was ich aber nicht gesehen habe in der scheiß HDR-Dynamik. Das ist wieder doof. Ach, siehste. Siehste. Sowas kann ich mir auf den Tod nicht ausstehen. HDR-Dynamik. Geh und such den Trigger. Ich liebe dieses Spiel. Ich sehe doch bestimmt. Ah, er hat da hinten. Das ist wahrscheinlich. Zack. Zack. Das macht mir hier keinen Schaden. Da war ich ja gerade. Dann speichere ich ab. Dann müsste ich da wahrscheinlich durchs Feuer gehen oder so. Öfft. Ey. Was hat der Entwickler sich dabei gedacht? Solche Sprungpassagen. Das ist kein Jump'n'Run hier, wo man keine Füße sieht. Hä? Toll. Okay. Das ist alles, oder was? Jetzt im Ernst? Das ist nix. Das ist einfach nur Kunstfeuer, was hier brennt. Was laberst du schon wieder? Gehts aber irgendwo lang. Ich weiß aber auch nicht wo. Ich spring mal hier lang. Die Texturen machen es mir auch nicht gerade leicht hier irgendwas zu finden. Boah, schon neun Minuten ohne Absturz. Das kann ja nicht gut gehen. Ich speichere mal lieber. Jetzt bin ich wieder hier. In meinem Revier. Tja, und das war's. Was soll ich hier machen? Außer feststecken. Toll. Oh, das gibt dem Mod wieder Minuspunkte, ey. Das ist kacke. Pfff. Nö, das bist du jetzt nicht, ob ich mir bevor hängen. Fick dich. Ja. Jetzt mein Ernst, jetzt wird das Spiel langsam langweilig. Wo soll's hingehen? Oder bin ich hier voll verkehrt? Irgendwo muss man diese Kugel doch einsetzen. Aber ich hab den Ziegel schon, wenn ich... Ja, au, au, au. Das tut weh. Ah, ah, ah. Uh, Gott. Die gleiche Lava-Tauern, wenn das so weitergeht. Wund-Nakast! Wund-Nakast! Äh, Pro-Tipp. Wenn ihr hier entkommen wollt, nutzt Wund-Nakast. Anders kommt ihr nicht mehr raus. Ist auch nix. Eine versteckte Wand oder so. Hier vielleicht noch ein Weg. Ne. Den war ich schon. Ey, mal ne Folge ohne Absturz. Ist das echt jetzt? Das wär ja immer der Hammer. So, jetzt bin ich hier. Und nur? Werden mir hier die Augen geöffnet? Wund-Nakast! Oh, toll. Wund-Nakast! Da fällt er in die Lava und schreit wie ein Kind. Schalalalalalalalalalalala. Und was hast du so im Valentinstag gemacht? Ja, ich hab hier in ne... Ich hab hier in ne verdammten Höhle rumgerannt. Und hab nach dem Weg gesucht. Doch ich fand nichts. Ich folg mal der Kompassnabel. Mal gucken, ob die was bringt. Die sagt, ich soll da wieder rausgehen. Also geh ich wieder raus. So, und die sagt, ich soll da hinten hin. Die sagt, ich soll da klicken. Dann soll ich da klicken. Dann soll ich hier hier klicken. Dann ist da irgendwas. So, und die wieder nach oben, oder? Ist ja irgendwas in der Mittel-Welt, was ich hier machen soll. Ja, ich soll das wieder rausgehen. Ja. Dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020